So und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar hat Capital Bras ein Album released und ich wollte heute mal ein Fazit zum Album ziehen. Vorab sei mal gesagt, Respekt und Props gehen auf jeden Fall raus, denn trotz des Leaks, dadurch dass das Album schon veröffentlicht wurde, das Ganze noch so schnell auf die Reihe zu bringen, dass das am gleichen Freitag noch released wird und auch noch relativ gut einschlägt. Aber man muss schon sagen, er hat doch definitiv relativ treue Fans, die das Ganze dann auch auf Dauerschleife pumpen. Meine persönliche Meinung zum Album ist, mir hat es relativ gut gefallen. Es gab auch zwei, drei gute Songs, die mir echt gut gefallen haben, die nicht in der Promophase released wurden, wie zum Beispiel So sollte es sein, Blech und auch Cabriolet. Die Lieder waren auf jeden Fall sehr gut. Die anderen, ja, kann man pumpen. Das Album war jetzt nicht schlecht, meiner Meinung nach, ist natürlich Geschmackssache. Die einen oder anderen wünschen sich den alten Cabri zurück, der ein bisschen die härtere Schiene fährt. Aber, ja, man muss sich auch die Frage stellen, wozu. Ich meine, warum sollte er nicht mit dem Trend schwimmen und das ganze Autotune weglassen, wenn es doch zum Erfolg führt. Ich denke, solange die Sache noch zieht, wird er auf jeden Fall auch damit weitermachen. Ich meine, ab und zu haut er ja noch andere Tracks raus, so ist es ja nicht. Aber jetzt mal zum Album. 18 Songs waren drauf auf CBL6. Bis auf die Songs, die schon in der Promophase released wurden, habe ich ja gesagt, haben mir drei weitere gefallen. Ich hoffe mal, ihr da draußen habt alle schon ins Album reingehört oder es schon auf Dauerschleife gepumpt. Was mir nicht so gefallen hat, war in der Promophase Schimmappell. Ich meine, das hat jetzt nicht so geknallt. Ich meine, es ist ein etwas chilligeres Lied. Kann man abends, ja, relativ gut pumpen. Bei einer Pfeife, aber mehr oder weniger. Wie gesagt, Respekt auf jeden Fall, dass das Ganze noch so schnell released wurde und, ja, zwei, drei Wochen bestimmt auch vorgezogen wurde. Und wie gesagt, ansonsten habe ich auch gar nichts mehr dazu zu sagen. Das Album war geil und in diesem Sinne unterstützt den Jungen. Stream die Songs auf Spotify und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace.